Servus. Moin. Knochen hier und, äh, Dings. Moin. Und Moin ist da. Ja, Knochen und Moin. Weiter geht's. Äh, Wallstar. Alle drei Monate mal wieder. Und wir sind jetzt, ähm, im Alpha Sanctum. Hier gibt's Event. Ich suche immer noch Kaiser Franz. Ich weiß nicht, wo du bist. Du bist irgendwie vorgelaufen. Nein. Doch. Ich geh hier mal rein jetzt in das Ding. Achso, ich bin ja schon drin. Ich erwarte nicht, dass dein primitiver Verstand die Kontrolle der Meister über die Moin-Elemente begreift. Okay. Und trotzdem muss ich versuchen, es dir näher zu bringen. Ganz im Ernst. Ich weiß nicht, wo du bist. Äh, vielleicht ist das eine Phase oder so. Aber ich bin dann dasselber gegangen wie du. Und ich bin dann in diesem Sanctum. Also für mich siehst du. Ich seh dich, ich seh dich auf der Mini-Karte. Ja. Steht bei mir, äh, für dich da auch. Also ich hau mich jetzt mit irgendeinem Zeug hier. Sie sehen nicht gut aus. Oh, die greifen an. Die greifen an. Ja, ja, natürlich. Das tun sie. Das ist nicht gut. Ich sterbe. Echt jetzt? Ja. Ich glaub, das ist eine Phase, weil ich seh dich auf der Mini-Map, ne? So, ich hab jetzt eine dieser Datenbanken hier. Oh ja, du siehst ja echt so gut wie tot aus. Ich hab noch so eine Halspritzen. Oh, das bringt dir ja nichts. Hab ich auch. Hab ich eben genutzt, aber bringt mir nichts, weil... Jo. Ich glaub, das ist Absicht, dass man hier irgendwie alleine durch muss. Ach so. Hm? Ja, weil man sich wahrscheinlich beweisen muss oder so, oder soll. Oh, die Stiefel. Bitte? Da ist irgendwas zum Aktivieren. Ja, ach, jetzt kommt der hier auch noch. So, der ist weg. Aktivieren, minieren. Ich denk mal, dass man alle aktivieren muss, oder? Ich glaub, ja. Ist alles voll mit den Dingern? Da eigentlich steht noch ein Wachen. Äh, da will ich jetzt wohl erstmal nicht hin müssen. Ich hab diesen scheiß Sprung nicht mehr, fällt mir grad auf. Ich glaub, den hab ich weggenommen. Die haben relativ viel Leben, ist mir mal aufgefallen. Das ist wohl einfach ein neues Gebiet hier für... Und... Ja. Double kill. Oh, was ist denn? Oh. Feuer, okay. Klar. Supernovae. Ach, das ist die Mehrzahl von Supernova, siehst du? Da wird der Kutu gelehnt. Double kill. Hab ich auch. Ja, nachgemacht, ne? Double, triple, eins-fach-kill. Eins-fach-kill. Ist das Glück. Was muss man hier noch machen, wenn man die aktiviert wird? Hast du schon alle aktiviert? Nö. Dann frag mich doch nicht. Hast du schon alle aktiviert? Ne. Ich bin so gut wie fast fertig. Oh, wieso verliert der kein Leben? Oh mein Gott, was ist das denn? Der ist aber... Ober-Opp. Der verliert einfach kein Leben. Ja, dann hast du... Muss dann noch irgendwas... Vielleicht hat er eine Schutzbarriere oder so, die dann entfernt werden muss oder so. Muss mal gucken. Oh, ich aber... Und jetzt ist er weg. Plötzlich. Plötzlich. Er nimmt es da. Okay. Ur-Erde. Okay, aktiviert. Das Ding hat ja auch aktiviert. Der Wohne fehlt noch. Wahrscheinlich kann ich mir nicht mehr anstürmen. Ja! Ey. So, jetzt mach ich auch, glaub ich, den letzten. Luft. Okay, das ist Ruhe, Leben. Oh ja, jetzt hab ich den hier auch. Wie ist es, den jetzt angreifen und dann, oder was? Was ist denn den? Dieses fette Vieh. Ich weiß nicht. Der fand ich so fett. Der ist irgendwann abgehauen und kam nicht mehr wieder, oder was? Nein, das war ein anderer. Ich hab ja noch nicht alles aktiviert. Ach so! Ich kämpfe mir den ganz fetten, der da rauskam. Der verliert schon Leben, aber... Der braucht ein bisschen hier. Huiuiui. Oh mein Gott. Und der fette, also da musst du aufpassen, ne? Der braucht ein bisschen. In der Mitte? Ja. Macht doch Bodeneffekte und so einen Tüdel, ne? Oh mein Gott. Also ich hab mal ihn gleich hier. Nee. Er ist kaputt. So, äh, jetzt muss ich hier. Ich hab's noch ein Buch zum Lesen. Süd. Süd. Okay. Hm. Aber wo soll ich jetzt hin? Oh shit ey. Ich quere das Alpha-Sanktum. Das ganze? Warte? So, jetzt... jetzt mach ich den Fetten. Oh Gott. Ja, ein bisschen verkanal. Oh Gott. Was? Das ist ja eine Gruppe mit... wie viel sind das? Fünf oder so? Die dahinten, die hab ich geschafft. Ja? So ein Schlaffi sagst du oder was? Ja, der erste ist ein bisschen... ...sonst. Aber ich glaub den Fetten schaff ich nicht. Ich hab mir auch geschafft. Ja, aber... Ich bin Progemer, ich weiß. Ja. Ich hab mir auch geschafft. Ich bin Progemer, ich weiß. Schau mal. Oh, das kann ich nicht. Jetzt hab ich irgendwas aktiviert hier. Heiliger Bimbo, muss gehen hier los. Die Konsole hat sich geöffnet. Boah, hab ich... Geschafft alles. Ja. Siehst du. Puh, und was jetzt? naja die aufgabe ist ja wohl hier komplett durchzugehen und das glaube ich die angaben sie sind noch so zwei konsolen ich glaube die muss man auch irgendwie noch öffnen dann oder so Junge! Nicht jetzt! Superkill! So ich hab auch 5 jetzt zu tun weggehämmert hier ne? So, mal die Konsole aktivieren. Okay, wie viele Konsolen sind das? Noch mehr? Weiß ich nicht. Muss man halt jede Ecke noch mal ablatschen hier. Feuer, Luft. Aha. Da kann man nicht durchspringen? Okay. Ach, hier weiter oben. Ja, okay, jetzt habe ich hier aber was. Wo oben? Ja, guck da, wo ich bin auf der Minimap, dann weißt du, wo du rein musst. Ach, da? Da sind noch ein paar, einige sogar. Da kann ich nicht reden, wirst du? Da musst du noch eine andere Konsole öffnen. Bei mir ist auf hier. Hier ist was. Dattenwürfel. Ah, jetzt ist es auch. Ach, wie schön. Hm. Okay, dann sind hier wieder so ein paar kleine und... Hier sind auch noch weitere Konsolen. Mhm. Mhm. Du verlierst kein Leben, nicht du? Ich? Ja, probieren wir halt, ne? Nein, ganz bestimmt. Hier schießt du auf mich, oder? Irgendwo schießen muss ich, okay. Spritzer. Spritzer, was? Mhm. Hallo. Machst du erst Mitte? Nö, so komplett rum, so. Mitte habe ich schon. Leseraugen. Leseraugen, der Typ. So. So. Mhm. Schön. Schön. Oh, die machen ganz viele Bodeneffekte. Hm. So. Letzte Kondole. Wir sind startenbar geformt mal. Schön. Oh ja, die. Ach, die meinst du? Ja, jetzt habe ich sie auch. Keine Gegner hier. Die scheiße. Die scheiße Maschine im Hintergrund. Haha. Naja, fuck it. Der dreißigte Mann, ne? Dreißigte Mann. So. Ach, hier ist noch eine. Aber die habe ich nicht vergessen tatsächlich. Tum-ta-tum-ta-tum. Das kippt ihr mich denn nicht für ne Scheiße hier. Scheiße. Jetzt mache ich hier so einen auf Tank, ne? Aber dieser einer, den ich angegriffen habe hier, der ist, ähm, Range. Der schießt ja die ganze Zeit nur, der Panner. Geht doch tot, Jungen. Puh. So. Die Beobachter sind öfter über das gesammerte entdamische Wissen. Sie zeichnen alle erhöhten Daten auf. Auf Katalogisieren Sie es ist. Zu dem stellen Sie sicher, dass es am Ende hin kann, das ist Gold. Ich glaube bei mir ist schon wieder eine Tür aufgegangen hier. Ach ne, hier ist noch einer. Den habe ich verwirrt. Zerstöre das Kulturkonstrukt ist jetzt die nächste Aufgabe. Aber okay. Das ist das Ding hier oben oder? Kulturkonstrukt tatsächlich. Wie krieg ich das kaputt? Ach, das ist ein Gegner. Oh, das ist ein Gegner. Oh. 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 ganzierte Bodeneffekte hier. Ohhhhh. Dann geh doch kaputt男. Die macht aber was macht der Randale? Dieser Kulturkonstrukt? Mh So, Linie geworfen, jetzt haue ich ihn aber weggehe Der letzte Test steht bevor Okay Ich beschaffe den Datenwürfel aus der Kammer der Ordnung Das ist wohl das Ding, ja Oh, 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 oh Und gleich tot, echt jetzt? Nee, noch nicht, aber... Du machst irgendwie Putteneffekte Und ich hab auch manche Sachen hier abgeleitet, das ist schluss Die Mysterien der Schöpfung selbst zerstören Und somit das Nexus-Projekt Ich oder er... Ich Du Hey Nö, ich auch nicht Ne, ist schon erwärmlich Da steht Instanz verlassen Irgendwie ist das wohl so ne Art Instanz her, ja Oh mein Brot riecht so gut Von hier bin ich glaube ich reingekommen Öh, ne Wo ist er denn? Hier steht so einer So ein riesen Vieh Der Kurator Ach, das ist der, der einen hier am Anfang in dem Video erschien Die muss man jetzt glaube ich umballern oder so Das ist nicht gut Naja, wenn du schon an dem einen da Ich lauf mal vor Oh, jetzt kommt ein Video Wir wussten, du würdest hierher kommen Ja Der Zeitpunkt ist wahrlich vortrefflich Für solche Perfektion wirst du von uns belohnt werden Oh, ja Hahahaha Entschuldige neben ihm Die Meister sollen ein neues Ausstellungsstück erhalten Ein neues Exponat Nachdem wir dir im Namen der Meister Das Leben ausgehaupt haben Stür Weit weg Hm Der ist doch nicht so nette Typ Ja, der letzte hier ist der Kurator Den muss man umballern Puh, ok Dann gehen wir ran hier Scheiße, was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Ich hab keine Spritzen mehr Was macht der denn jetzt hier? Oh, die Schuld Das coole ist, dass ich hier so einen Effekt hier niederwerfen Das funktioniert sogar bei den Bossen Nein Ach Mensch Ich hatte den fast Also ich habe meinen hier, den Kurator fertig Toll Achso, ich muss noch einen retten Ich habe mich jetzt, habe ich die Quest jetzt oder was? Achso, ich habe mich jetzt schon mal bekommen Oh, Video. Oh, Video. Es gibt noch so viel mehr, dass ich dir zeigen will. Es ist Königlichen Kollegiums gesichert. Oh Gott. Hast du es geschafft? Ja, aber das ist der erste und wenn du sagst, da ist noch einer, dann... Wie der erste? Was hast du gerade gemacht, diesen Roboter? Der, in der Mitte, der Dicke. Du hast jetzt... Jetzt müsstest du weiter. Du hast jetzt erst den in der Mitte gemacht, den Dicken. Ja. Oh Gott. Und jetzt ist der... Wie heißt der? Kurator. Wenn ich den anderen nicht geschafft habe. Das verstehe ich jetzt nicht. Der Dicke ist für mich der Dicke vom ganz am Anfang. Nein. Jetzt bin ich bei dem Kurator. So hast du den Roboter gemacht. War doch ein Roboter. Ja, oder war das ein Roboter-Kanal? Ja. Ja, der Kurator macht auch so ein paar Sachen, ja. Das ist genauso schlimm, wie der bestimmt. Nein, der ist schlimmer. Mann. Was denn? Ja. Was? Das ist gemein. Ja, der macht schon ein paar Sachen. Der macht zum Beispiel mit seinem Stab, schießt er so in deine Richtung und muss halt ausweichen. Du musst halt viel ausweichen und so, ne? Hm. So, ich soll jetzt woanders hin, hier. Ich bin sehr agil. Wie geht das hin? Alter, was machst du mit mir? Können wir dir ordnen? Moment. Ich bin sehr agil. Was? Wie geht das hin? Shit. Shit. Oh man eh. Es hat. Lach nicht! Lach nicht, Mann! Nee, moin nicht. Haha, ich hab's geschafft! Hahaha, haha, 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 okay, haha, 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 so, da ist jetzt noch einer rechts, ja, den musst du befreien, der ist so in so'n, so'n, da ist so'n Kreis, den musst du befreien und dann musst du oben auf diesen, äh, die Treppe hoch da, wo dieser Würfel ist, und dann öffnet, und dann bist du jetzt da, wo ich bin, ich steh hier vor so'n Portal, da hat sich so'n Portal geöffnet, da ist nur ein mysteriöses Portal, ich wusste nicht, ob ich das benutzen soll, ne? Aber, noch nicht, aber ich glaube, ich mach das jetzt mal. Ach so, hm, der geht zurück zum Nexus. Ja, dann klicke ich da mal auf. Ulyssia, ja. Jetzt bin ich wieder in Ilium. Ja, was denn? Ja, einfach so'n, ja, haha, 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 ja, bis gleich. Ich dachte jetzt hier, irgendwie, das sind schon Visionen hier, oder? Ja, man muss erst mal ihr Brot aus dem Ofen schieben, äh, holen. Hat in den Ofen geschoben und holt ihn jetzt mal aus. Ich wusste nicht, was die da flüstert. Ja, was soll ich sagen, so sieht's aus hier überhaupt.